So, da sind wir wieder. Bei der letzten Folge dieser Sessione. Wir reisen mal wieder ins Dorf, würde ich sagen. So. Und ich würde eigentlich ganz gerne mit dem Isila weitermachen. Um halt seine Fähigkeiten bauen zu kriegen. So, da sind wir die Fähigkeiten. 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 Und wir wissen im Prinzip aber auch nicht mal, ob das nicht eventuell eine Falle sein könnte. Und das Essen dann vergiftet wird dadurch oder sowas. Wo müssen wir jetzt hin? Ach so, ich müsste es ja auch erstmal wieder hier auswählen. Was ist das eigentlich Mittelmission? Na gut. Höchst! Stieh während eines Isila-Wedlow's Samen für den Dorf. Stieh während eines Isila-Wedlow's Samen für den Dorf. Stieh-Wedlow's 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 Samen für den Dorf.